Eishockey-Spieler sind einfach Wettkampftypen. Ajeta! Jausa! Habt ihr das drauf? Aber klar, die Trickshot-Challenge. Sauber. Nochmal, weiter. Mit Frederik Ziffels. Boah, Junge. Und Leon Dreisheim. Jetzt muss ich performen. Nein! Nein! Eins, zwei. Einmal konzentrieren jetzt. Ja, komm, wir müssen echt mal einmachen. Trainieren bis zur Perfektion. Jau! Konter Tiflis, Dreisheim geht zum Tor. Aus der Luft! Was für ein Tor von Leon Dreisheim. Jau! Ciao! Boah! Wie weit? Ah, stopp. 340. Um den Dreh. Jetzt werden wir ja wirklich... Ich sehe schon, ihr habt den Ehrgeiz schon gefunden. Wie weit ist denn der Ehrgeiz schon im Eishockey da? In der Vorbereitung? Ja, nee. Jetzt drückt er ja jeden. Jau! Man muss jetzt dazu sagen, ich habe das vorher noch nie trainiert. Nee. So noch nicht, nee. Na dann, auf zur nächsten Challenge. Ein paar Drei-Loch. 110 Meter mit dem Eishockey-Schläger. Die Herangehensweise ist schon mal unterschiedlich. Der ist gut. Der kommt mit dem Loch. Ja, der kommt. Gut. Erster Schlag. Die Fahrer ist noch drin. Schlag Nummer zwei. Soll ich saucen einfach, ne? Boah, der ist hier drüber gerollt. Nein, du arme Sau. Genau. Freddy muss gleich nochmal ran. Oh. Das ist ein schnelles Grün. Und Leon? Alles gut? Der spielt echt ein Paar jetzt hier. Die Riesenchance. Na, Jungs. Und dann doch nur ein Bogey. Das ist der vierte jetzt. Rückhand klappt immer besser. Und Freddy? Oh. Oh. Ein Wahnsinns-Patt. Also beide vier. Unentschieden auf dem Golfplatz. Zwischen Frederic Tephes und Leon Dreiseite. Ja, ich bin vollfriedig. Ja.